Hey Leute, willkommen zu mir und heute ist es mein Behind the Scenes von Timeline. Der Behind the Scenes ist zwischen 19 und 20. Folge. Es ist gerade 22.21 Uhr, wo ich dieses Video aufnehme. Wie würde ich sagen, wenn du denkst, wenn du noch bewertest wirst. Ich habe alles und schnell etwas aufgemacht. Das ist einer mit keine 40 Kollegen Behind the Scenes. Aber ich verstehe alles, weil man will das nicht, das ist ganz normal. Also, ja, viel Spaß, wir kommen Behind the Scenes. Wer dieses Video schaut, Spoiler-Alarm. Hör, 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 Hör. Das ist schon mal, dass ich hier sehe. Alles klar, bitte schön. Das war's. 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 Das war's.